Die beiden Domus de Janas, Felsengräber, von Pescazos liegen in einer steilen Felswand an einer Stichstraße, unweit der Strada-Stadtale della Nora SS 291, nördlich des Flughafens Alghero östlich von Santa Maria la Palma in der Provinz Sari auf Sardinien. Pescazos ist eines von etwa 50 prehistorischen sardischen Beispielen, Z.B. Molafa, S.A. Figu, S.O.S. Vorreihe Sos eines Felsgrabes mit einer in Fels gehauenen Portalstähle, italienisch Domus A. Prospetto Architetonico, die sie auf der Insel ansonsten für Gigantengräber typisch ist. Orthostatengräber, eigentlich orthostatenimitierende Gräber, sind in den Kalksteingebieten des Logudoro häufig. Campu Luntanu, das Aroca und Sulampu, Sukaralzu. Bei Florinas, Mesu Emontes oder Sasspuntas. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo und ein Like da. Außerdem kannst du hier noch weitere Videos angucken. Bis zum nächsten Mal.